Das ist ein Rebuy, am Stück mit dem Knochen. Die ist jetzt etwa 8 Wochen gelagert. Und das haben wir jetzt auf unseren Asado Grill. Ich mache ein paar geile Beilegen dazu. Oh, ist das juicy oder ist das juicy? Geil. Okay, die Schinne kann noch mal eins ab. Und der Hunger. Und der Hunger. Ach, die Scheiße. Damit können wir aufwärts etwas machen. Der Hunger. Die sind 3 Monate steint! Buren drei Tails. Wenn das Ausparda. Dann passe ich auf Anyise questo. Vielen Dank.